Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse der Kalenderwoche 35 des Jahres 2018 hier auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers. Mein Name ist Markus Kleber. Wir wollen wie gewohnt hier in dieser Analyse auf den DAX, S&P, Euro, US-Dollar und aufs Gold schauen. Wie gewohnt dann auch, ihr seht das hier eingeblendet. Unter dem Video gibt es ja eine Videobeschreibung und in dieser Videobeschreibung stehen dann die vier Märkte auch nochmals aufgelistet. Und dahinter dann eine entsprechende Zeitangabe und wenn ihr dann nur zum Beispiel die S&P-Analyse euch anhören wollt, die Euro-US-Dollar-Analyse oder nur die Gold-Analyse, dann könnt ihr entsprechend auf diese Zeitangabe dahinter klicken und dann kommt ihr direkt im Video auf die entsprechende oder zu dieser entsprechenden Zeit und ihr fangt dann direkt dann eben mit der Analyse zum Beispiel des Euro-US-Dollar an. Also da hier eben ganz wichtig, da könnt ihr zum Beispiel dann nochmal entsprechend drauf schauen. Bevor wir richtig starten, dann auch auf die Märkte zu schauen, natürlich vorab wie gewohnt der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet grundsätzlich darauf, dass ihr mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups gegebenenfalls formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich zum Broker beantwortet bekommen. Wir switchen, bevor wir mit dem DAX starten, auch mal ganz kurz auf die Wirtschaftskennzahlen für die kommende Handelswoche. Da kommt nicht so viel hier. Eventuell am Mittwoch 14.30 Uhr Bruttoinlandsprodukt und Kernausgaben für persönlichen Konsum aus den USA. 14.30 Uhr eventuell hier ein bisschen vorsichtig sein. Könnte eventuell, ich bin mir nicht sicher, aber meistens in den letzten Monaten kam da nicht viel Bewegung. Nichtsdestotrotz sollte man darauf schauen, genauso 14 Uhr am Donnerstag, 14.30 Uhr am Donnerstag und dann nochmal am Freitag um 11 Verbraucherpreisindex Eurozone. Das sind jetzt alles nicht die riesen Wirtschaftskennzahlen, die die Märkte hier in den letzten Monaten gravierend bewegt haben. Nichtsdestotrotz sollte man immer mal wenigstens ein Auge darauf schauen und wenigstens auch am Wochenende mal raufschauen. Was kommt hier in der kommenden Woche und übernächste Handelswoche haben wir dann ja wieder die Non-Farm-Perols, wo wir entsprechend natürlich immer etwas schärfer drauf blicken. Gut, starten wir mit dem DAX, starten wir mit dem Markt, der vergangenen Handelswoche mehr oder weniger nur seitwärts tendierend war. Wir hatten zwar, Moment, ich nehme mal mein Zeichenwerkzeug hier hinzu, wir hatten zwar am Montag grundlegend eine schöne Aufwärtsbewegung erstmal, die dann so leicht revidiert wurde in der Abend- und Nachtsession. Dann am Dienstagvormittag ging es wieder nach oben, aber eigentlich schlussendlich dann nur noch seitwärts tendierend hinzukommen mit einer immer kleiner werdenden Schwankungsamplitude. Am Freitag ging es zwar mal kurzzeitig etwas stärker nach oben, auch kurzzeitig dann eben noch mal etwas stärker nach unten. Schlussendlich haben wir aber hier mehr oder weniger in der Mitte dieser seitwärts Schiebezone mit der unteren Grenze in etwa 340 und der oberen Grenze hier in etwa 400 bis 420. Haben wir eben hauptsächlich die Kurse in diesem Bereich gesehen und wie gesagt am Anfang der Handelswoche etwas stärker. Und dann ging es hier eben sehr, sehr langweilig eben einher, was für mich persönlich eben zum einen dazu führte, dass ich hier nicht nur im Urlaub bin, sondern grundlegend eben durch die Beobachtung hier, dass der Markt wenig Volatilität hat, also wenig Bewegung aufzeigt, dass ich hier entsprechend auch viel, viel weniger gehandelt habe. Grundsätzlich auch nicht performt habe in dieser Woche, sondern grundsätzlich, egal welche Trades ich machte, ich habe schlussendlich, glaube ich, nur 5 Trades gemacht, aber die waren alle nicht großartig berauschend. Ich habe zwar nicht alle hier mit meinem Initial Stop geschlossen, aber grundsätzlich bin ich hier leicht im Minus für die aktuelle Handelswoche. Aber das erstmal nur so als Zeitnot, was können wir hier für den DAX kommende Woche erwarten? Dadurch, dass der Markt grundsätzlich so seitwärts tendierend war in dieser Schiebezone, wie ich sie gerade nannte, ich zeichne es nochmal ein, es ist hier in etwa der untere Bereich um die Marke, wie gesagt, 340, 330. Das ist hier so der Bereich, die untere Grenze dieser Seitwärtsschiebezone und der obere Bereich ist so in etwa der Bereich, so knapp oberhalb von 400. Das ist so der Kernbereich, in dem der Markt sich hier dann eben ab Dienstagmittag in etwa eben aufgehalten hat. Und somit ist es natürlich interessant, zum einen jetzt hier aus so einer Schiebezone das anzunehmen, dass der Markt eventuell einen Break nach oben vollzieht oder dass der Markt logischerweise natürlich einen Break nach unten vollzieht, weil es ist relativ wahrscheinlich, dass wir diesen Bereich auf irgendeine Art und Weise verlassen werden. Es ist sehr unwahrscheinlich, rein statistisch gesehen schon alleine, dass sich der Markt weitere 5 Handelstage in einer Handelsspanne, die jetzt hier erstmal im kleineren Rahmen in etwa nicht einmal 100 Punkte darstellt. Wenn man dieses etwas größer sieht, diese Schiebezone, dann sind es in etwa 140 Punkte und der DAX hat aktuell eine tägliche Schwankung, eine durchschnittliche tägliche Tagesschwankung, nach wie vor, auch wenn wir vergangene Handelswoche hier so ein bisschen seitwärts tendierend sind, eine tägliche Handelsspanne von in etwa 140 Punkten. Jetzt hat der Markt sich vier Tage lang in so einer Spanne hier aufgehalten, die normalerweise ganz locker an einem Tag abgearbeitet wird. Somit ist es natürlich hier eben recht wahrscheinlich, dass wir natürlich dann auch mal eine Reise nach oben oder nach unten vollziehen. Jetzt stellt sich nur die Frage, was ist jetzt besser? Welche Seite ist hier besser? Von meiner Seite aus oder von meiner Betrachtungsweise ist nach wie vor eigentlich die Abwärtsseite weiterhin interessanter, weil einfach in der Vergangenheit, in der kürzlichen Vergangenheit dann eben auch auf der Abwärtsseite die interessanten Bewegungen vollzogen worden sind. Und nun geht man eben eigentlich ja grundsätzlich auch davon aus, wenn man trendfolgend handelt, wenn man eben auf die Märkte schaut, dass es natürlich gegebenenfalls auch auf der Unterseite erneut eine schöne Bewegung geben kann. Jetzt muss man allerdings im Hinterkopf haben. Das ist das, was wir vergangene Woche dann auch schon immer wieder angesprochen haben, in den Livestreams immer wieder angesprochen haben. Wir haben aktuell zwar einen verhältnismäßig schwachen DAX, also wir haben zwar hier vergangene Woche keinen schwachen DAX gehabt, aber der Markt ist extrem seitwärts gelaufen. Wir werden gleich die S&P-Analyse machen. Der S&P ist ja an seinen Allzeithochs dran, also enorm stark. Er ist am Freitag enorm stark nach oben gelaufen. Er ist auch zwischenzeitlich, vergangene Handelswoche, hat er wirklich sehr, sehr schöne Tage, Bewegungen auf der Aufwärtsseite vollzogen. Was hat der DAX gemacht? Er ist in dieser Minispanne hier zwar auch immer mal so ein bisschen mitgestiegen, aber schlussendlich hat er diese Stärke der US-Märkte in keinster Art und Weise mitgemacht. Und es war auch in der vergangenen Handelswoche so, so wie ich es dann auch schon in der letzten Trading-Wochenanalyse sagte und aufzeigte, wenn der S&P, wenn die US-Märkte mal so ein bisschen abgegeben haben, dann führte es gleich dazu, dass dann entsprechend auch der DAX Bewegung auf der Abwärtsseite zeigte und zwar teilweise auch merklich. Und ich bin dann am Freitag schon davon ausgegangen, dass es oder habe im Prinzip auch einen Trade darauf angesetzt, dass hier unterhalb von 380 eventuell die Abwärtsseite interessant werden könnte, dass wir dann vielleicht einen schwächeren S&P sehen. Und schlussendlich war der S&P stark, auch von Anfang an, ab 15.30 Uhr. Trotzdem, nichtsdestotrotz, habe ich hier einen Versuch, ja, oder zwei Versuche waren es am Freitag sogar, im DAX auf der Abwärtsseite versucht, die beide schlussendlich nicht rosig ausgegangen sind. Einer mehr oder weniger Break-Even, und das muss ich nochmal schauen, und einer, ja, der zweite ist Break-Even aufgegangen und der erste mit in etwa 15 Punkten Minus. Also nicht so rosig hier das Handeln im DAX auf der Abwärtsseite, aber er ist eben auch nicht auf der Aufwärtsseite nennenswert gestiegen. Was jetzt im Prinzip in der kommenden Handelswoche bedeutet, nach wie vor, sollte der S&P mal irgendwie einen schwachen Tag haben, ein paar schwache Momente würden schon ausreichen, dann ist es denkbar, dass wir hier sofort Schwäche im DAX sehen und wir diese dann entsprechend ausnutzen können. Somit werde ich in der kommenden Handelswoche immer wieder auch den Blick auf die Abwärtsseite richten, obwohl eigentlich der DAX mit den US-Märkten weiter steigen müsste. Und wenn sich hier Anzeichen geben, bestimmte Unterstützungen durchstoßen werden, in den täglichen Livestreams werden wir das immer wieder uns anschauen, dann bin ich gewillt hier auch gerne die Abwärtsseite zu handeln mit dem ersten Ziel 300 und dann kann es durchaus hier in das Eröffnungskursniveau der Vorwoche gehen. Das ist so in etwa der 230, 220er Bereich. Das ist erstmal definitiv realistisch und sollten die US-Märkte etwas merklicher abgeben, dann ist natürlich auch schnell 12.100 bzw. 12.000 denkbar. Aber so weit will ich jetzt hier noch gar nicht gehen für die Abwärtsseite. Schauen wir uns die Aufwärtsseite an. Wir nehmen das nochmal ganz kurz raus. Ich muss dafür das Bild nochmal ein kleines Stück zusammenziehen. Wir haben auf der Aufwärtsseite nach wie vor diverse Widerstandsbereiche, die der Markt erstmal schaffen muss. Ich hatte in der vergangenen Woche im Livestream mal kurz die Frage bekommen, ob ich es für realistisch halte. Jetzt muss ich kurz lügen. Ich weiß es nicht, ob ich an... Ich weiß es glaube, es war Donnerstag oder Mittwoch. Ob ich es für realistisch halte, dass der Markt, ich weiß es gar nicht mehr, wie gefragt war, ob es 570 war oder gar 670 als realistisches Ziel. Und da habe ich schon gesagt, es ist aus aktueller Sicht, auch wenn wir hier grundsätzlich aufwärts gelaufen sind, dadurch, wie gesagt, immer wieder, der Markt, der kennt hier nach oben eine enorme Grenze. Er kennt auch leicht drüber. Er hat letzte Woche nicht mal den 450er Bereich erreichen können. Und dann kommen hier relativ zügig diverse weitere Widerstandsbereiche, alte Tiefbereiche, auch darüber kommen nochmal diverse Bereiche, die hier auf jeden Fall immer wieder Widerstand darstellen sollten. Auch dieser Bereich hier oben, der ist natürlich in der Vergangenheit schon mal wichtig gewesen. Und all diese Bereiche, die jetzt hier erstmal klein aussehen, weil es immer nur mal vereinzelt Tiefpunkte sind, aber dadurch, dass der Markt extreme Schwierigkeiten auf der Aufwärtsseite hat, sind dann eben solch Widerstandsbereiche immer wieder Situationen, wo der Markt ein bisschen abgeben kann. Auch wenn er schlussendlich vielleicht in der kommenden Handelswoche eben nicht diese Abwärtsseite nach unten hier aufbaut, die vielleicht dann auch noch mit so einer kleinen Trendlinie hier eben eingezeichnet werden kann, mit diesem Break nach unten und so weiter. Also da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen, wie man dann Triggerkonzepte sich ausarbeiten kann für die Abwärtsseite. Wenn wir uns weiter für die Aufwärtsseite entscheiden, sprich der S&P baut weiterhin neue Allzeithochs aus, der klettert weiter nach oben, 2900 und da sind die, 2900 ist schon gar nicht mehr so weit weg, schauen wir uns gleich an im S&P, dann ist es natürlich auch denkbar, dass der DAX hier langsam nach oben dümpelt, aber ich würde auf jeden Fall meine Ziele nicht zu aggressiv wählen, was da bedeutet, hier sofort mit einem Trade irgendwie so eine Rutsch Richtung 570 oder gar Richtung 670. Das ist etwas zu hoch angenommen für den DAX. Ich würde mit konservativen Zielen arbeiten, schauen, dass ich trotzdem vernünftige Chance-Risiko-Verhältnisse hinbekomme, wenn ich hier mit diesen Zielbereichen, wie ich sie eingezeichnet habe, eben arbeite und im Swing-Trading wäre ich eben mit der Aufwärtsseite erst mal, ja, weiterhin, aber ich bin halt einfach nicht davon überzeugt. Man kann es natürlich machen, mit einem vernünftigen Chance-Risiko-Verhältnis kann man auch die Aufwärtsseite handeln mit dem Gedanken, dass der US-Markt oder dass die US-Märkte den DAX eben doch ein Stück weit nach oben mitnehmen, aber schlussendlich bin ich, wie ihr merkt, von der Aufwärtsseite nicht so dermaßen überzeugt und ich schaue mal, ob ich diese dann überhaupt handele oder einfach darauf warte, dass eventuell mein Short-Setup einsetzt und wenn es nicht einsetzt, dann habe ich halt Pech gehabt, ja. Das sind wenige Wochen im Jahr, wo ich so konservativ dem Trading gegenüber eingestellt bin. Denn mir kommt zugute, dass ich aktuell im Urlaub bin und eigentlich vergangene Handelswoche und jetzt die kommende Handelswoche und wenn ich dann hier auch noch so eine beschissenen, oft gut, Entschuldigung, aber so eine bescheidenen Marktphasen habe, dann bin ich natürlich umso weniger hier böse, dass ich hier in meinem Urlaub dann gar nicht so viele Möglichkeiten bekomme, hier überhaupt zu handeln. Schauen wir auf den S&P, den ich jetzt schon so oft angesprochen habe. Wir sind im S&P auf der Reise nach oben. Ich habe hier erstmal den 4-Stunden-Chart etwas zusammengezogen und wir sehen, dass der Markt aktuell relativ sauber, verhältnismäßig sauber, muss man fast sagen, eben hier eben gen Norden unterwegs ist und dass wir jetzt hier eben schlussendlich dieser Allzeithochstil in der CFD-Indikation angelaufen sind. Das ist etwas unterschiedlich zum S&P-Markt an sich und das ist auch leidunterschiedlich zum Future, aber schlussendlich sind alle Märkte, alles was S&P bedeutet hier im Bereich der Allzeithochstil, bedeutet enorm stark. Allerdings muss man hier so ein bisschen unterscheiden. Wir sehen hier diese Aufwärtsphase vergangenes Jahr, Ende vergangenen Jahres, Anfang diesen Jahres, wo es eben nach oben ging. Das war eine extrem saubere Aufwärtsbewegung. Aktuell sind die kleineren Ausreißer nach oben etwas merklicher. Das gibt schon einen kleinen Unterschied zu dieser Aufwärtsbewegung. Zu der aktuellen Aufwärtsbewegung nichtsdestotrotz ist der Markt sehr, sehr stark. Wenn er kleinere Rücksetzer nach unten hat, dann laufen die sauber an wichtige Unterstützungsbereiche ran. Wir hatten das auch in den Livestreams immer wieder besprochen, welche Bereiche da für den täglichen Handel wichtig sind und sind dann am Freitag hier wunderbar nach oben gelaufen. An dem Tag, wo ich erst mal dachte, es könnte vielleicht nach unten gehen. Ist es nicht? Der S&P ist sauber nach oben an die Allzeithochs herangelaufen. Jetzt ist es natürlich hier, warum nicht, definitiv denkbar, dass es weiter nach oben geht. Bis wohin kommt hier auch mal gern die Frage, wenn ich denn noch nie in diesem Bereich war, welche Bereiche sind denn wichtig. Und da die Allzeithochs hier im Bereich 28, 76, 77, 78 liegen, dann ist es natürlich, oder liegt es auf der Hand, dass der Bereich 2900 natürlich eben nicht nur psychologisch, sondern eben auch für den Handel als definitiv realistisches Ziel angenommen werden kann. Warum nicht? Das sind lediglich 24 Punkte. Das ist eine Bewegung, die wir hier in der vergangenen Woche ganz locker gesehen haben. Und somit ist es natürlich in den kommenden Tagen durchaus ein realistisches Ziel. Und auch weitere Ziele, man muss hier immer sehen, es sind natürlich wirklich so Punkte 2900, 2908, 2910, also immer so kurz vor glatten Zahlen wie 10, kann man gerne Ziele nehmen, knapp darüber. Also es gibt natürlich eben diverse Herangehensweisen. Und man muss dann einfach schauen, wenn Märkte neue Bewegungshochs ausbauen, kann man natürlich hier eben sich auch teilweise so kleinere Wunschziele raussuchen. Ich persönlich gucke mir das auch immer so ein bisschen gerade an, wie läuft der Markt grundsätzlich nach oben, wenn er neue Bewegungshochs gemacht hat, wie weit ist er dann gelaufen, und projiziere dann natürlich entsprechend meine Ziele nach oben. Das ist jetzt hier ein bisschen zu detailliert für die Trading-Woche-Analyse. Fakt ist, definitiv kann der Markt nach oben laufen. 2900 ist ein realistisches Ziel. Das gucken wir uns jetzt nochmal detaillierter an, welchen Bereich der Markt jetzt hier nach unten nicht unterschreiten sollte, um erstmal sauber in diesem Aufwärtstrend zu bleiben. Und wir hatten vergangene Handelswoche auch auf jeden Fall über diesen Bereich 2845 gesprochen. Wir hatten ja hier den Start der vergangenen Handelswoche. Auch 2825 war noch ein Unterstützungsniveau, was in der vergangenen Woche, was in den vergangenen Wochen schon lange hier immer im Markt drin liegt. Und dann ist der Markt hier zwischenzeitlich mal kurz nochmal an dieses Unterstützungsniveau gelaufen, ist er nach oben gekommen und hat schlussendlich am Freitag, wie gesagt, diesen Bereich nach oben hier durchstoßen. Somit haben wir nach wie vor, das war auch ein Bereich in der vergangenen Handelswoche hier, der Bereich 2863, dieses grau markierte Unterstützungsniveau, das alte vorherige hoch. Dann kam der Markt nochmal Richtung 2800 nach unten, lief dann schlussendlich jetzt hier hoch in Richtung der Allzeithochs. Und das ist jetzt hier erstmal das erste kleine Unterstützungsniveau, was ich im Daytrading erstmal als Unterstützung auch sehen würde. Also solange der Markt hier oberhalb von dieser 63 bleibt, dann wäre es zum einen eben gegen diese DAX-Szenarien auf der Abwärtsseite sprechend, und zum anderen wäre das natürlich, wenn wir hier vielleicht ein Stück runterlaufen und dann weiter nach oben laufen, dann wäre das hier eben ein Gedanke für den DAX, dass der entsprechend an diese Widerstände immer wieder so ein bisschen gegenläuft. Dass der S&P oder die Stärke der US-Märkte gleichzeitig natürlich auch Dow Jones, der zwar noch nicht an seinen Allzeithochs ist, aber schlussendlich auch irgendwo sehr, sehr stark läuft, ja, und dann ist es eben schlussendlich so, dass der DAX dann doch wahrscheinlich der ganzen Sache nicht ganz so widerstehen kann und erstmal 450, 500, 550 immer so sukzessive irgendwo nach oben anläuft, um dann hier eben auch vielleicht den ein oder anderen Long-Tret mal zu wagen. Schlussendlich würde ich es aber viel lieber sehen, dass zum Beispiel hier dann eben doch nochmal so ein bisschen mehr Konsolidierung eintritt, der 63er-Bereich hier vielleicht erstmal angelaufen wird und vielleicht dann so ein bisschen nach unten durchschritten Richtung 2,845. Schon diese Bewegung aus dem aktuell 76er-Bereich, vielleicht läuft der Markt auch erstmal nochmal ein Stück weiter nach oben und kommt dann so ein kleines Stück mehr nach unten. Das wäre für die grundsätzliche Aufwärtsbewegung hier ja nichts Schlimmes. Ja, aber diese Abwärtsbewegung, die würde im DAX schon dazu führen, höchstwahrscheinlich, dass es etwas nach unten geht, dass eben die Bereiche eben, was wir gerade besprochen haben, na Moment, wir schauen kurz drauf, da habe ich den Kurs auch selbst gerade nicht im Kopf, also dass hier unten der Bereich genau 12.280 bzw. 12.200 dann realistisch erreicht werden könnte. Das sind dann hier diese Rutschbewegungen auf der Abwärtsseite. So, also grundsätzlich das jetzt hier erstmal zum S&P und gleichzeitig, man muss eben beide Märkte so ein bisschen auch mal zusammen betrachten, dann eben auch schlussendlich im DAX. Schauen wir auf den EURUS-Dollar. Der ist erstmal grundsätzlich auch relativ stark, auch stärker, als ich es selbst erwartet hatte. Ich hatte gesagt, unterhalb von 1,1530 in etwa, das war hier, nachdem der Markt eben aus dieser Seitwärtsschiebezone nach unten ausgebrochen ist, das war der Bereich, den wir hier eingezeichnet hatten, dann ist ja der Markt eben schlussendlich, was wir eben auch handeln konnten, wo wir Geld verdient haben, hier eben nach unten ausgebrochen, ist schlussendlich jetzt hier vergangene Handelswoche oder vorletzte Handelswoche in den 1,13er-Bereich gelaufen, war dann hier zum Ende der Handelswoche im 1,1430er-Bereich und ich hatte gesagt, ja, es ist durchaus denkbar, übergeordnet gerade auch, dass wir eben diesen 1,1530er-Bereich hier nochmal anlaufen, dass hier der Markt eigentlich reagieren sollte. Tat er auch, was mir persönlich im Daytrading dazu verhalf, dass ich diesen eingegangenen Short-Trade mit diesem Gedanken, den ich vergangene Handelswoche hier grundlegend auch kundgetan habe, dass ich hier zwar minimal verloren habe, aber eben mit Abstand nicht das, was ich hätte im Maximum verlieren können. Und zwar habe ich hier nur die Hälfte meines Risikos verloren. Wir gucken uns das gleich auf kleiner Zeit eben auch an. Was ist dann schlussendlich passiert? Man hätte natürlich auch relativ zügig auf die Aufwärtsseite switchen können. Ich persönlich habe es nicht gemacht bei uns im Livestream. Der ein oder andere ist hier auch auf der Aufwärtsseite unterwegs gewesen. Schlussendlich ist dieser wichtige Bereich nach oben durchstoßen worden. Er wurde nochmal direkt von oben exakt getestet, um jetzt hier wieder dann den Schlusskursbereich auch im Bereich 1,1630 zu markieren. Und der Bereich, der ist jetzt extrem wichtig für die kommende Handelswoche. Denn wir haben in diesem Bereich, wir haben hier diese große Seitwärtsschiebezone und wir haben in diesem Bereich dann hier gerade am Ende, ja, gerade am Ende hatten wir in diesem Bereich hier, ich zeichne das auch hier nochmal ein, eben wirklich über fast einen ganzen Monat hier so eine Seitwärtsschiebezone von gerade mal 100 Pips. Und wir sind jetzt an dieser unteren Kante dieser Schiebezone mehr oder weniger dran. Und dieser Bereich sollte, beziehungsweise hat ja schon einmal Widerstand gegeben, so dass der Markt nochmal in diesen 15,30er Unterstützungsbereich reingelaufen ist. Jetzt ist er wieder rein. Bedeutet jetzt aber, wenn wir weiter steigen, bin ich in dieser Phase hier oben erstmal vorsichtig. In diesem Bereich zwischen 1,1630 und 1,1730 bin ich erstmal vorsichtig. Aber, das hatte ich in der vergangenen Handelswoche auch schon gesagt, der Bereich hier oben 1,1730 beziehungsweise knapp davor. Schaut mal, wir hatten, und das ist eben jetzt schon wichtig für die kommende Handelswoche, das kann eben schon zu Dampf führen. Wir hatten hier auf größeren Zeiteinheiten, wir sind gerade im 4-Stunden-Chart, also wirklich markant, Vierfachtest, einen Vierfachtest dieses 1,1730er-Bereiches beziehungsweise knapp darüber. Was natürlich dazu führt, dass hier für all diejenigen, die hier auf der Erbwertseite unterwegs sind, für all diejenigen, die vielleicht long einsteigen möchten und so weiter, gibt es diverse Überlegungen, die an solchen wichtigen Bereichen dann stattfinden. Das kann dazu führen, dass der Markt hier dann eben schlussendlich mit Dampf etwas durchgeht und hier entsprechend dann auch in nächste Widerstandsbereiche reinläuft und gegebenenfalls sogar hier den Bereich 1,1820 nach oben durchstößt und in den 1,19er-Bereich läuft. Also, ich bin erstmal zwischen 1,1630 und 1,1730 vorsichtig. Würde knapp vor 1,1730, mal schauen, wie sich das Bild dort zeigt, vielleicht nicht im ersten Versuch, sondern im zweiten Versuch. Hier dann versuchen auch mal so einen Long-Ausbruch nach oben zu antizipieren, sprich, entweder versuche ich dann eben schon in so einem Rücksetzer, der hier eventuell nochmal stattfindet, in den 1,16er-Bereich vielleicht schon die Long-Seite einzugehen, diese Position laufen zu lassen mit dem Gedanken, dass es dann hier durchgeht oder bei einem zweiten Anlauf mal diesen Break nach oben zu antizipieren, dass es dann vielleicht gegebenenfalls mit Schmackes hier durch diesen Widerstandsbereich durchgeht. Das wären jetzt Gedanken auf der Long-Seite. Allerdings, wie gesagt, erstmal ein bisschen konservativer, definitiv in dieser Schiebezone, weil es kann durchaus sein, dass wir auch hier drinnen hängenbleiben und hier einfach wieder erstmal hin und her laufen in der kommenden Handelswoche. Die Abwärtsseite wird erst wieder interessant, wenn wir unter 1,1530 laufen. Sprich, wir haben jetzt hier unten auch weniger Handlungsbedarf. Ich bin hier ein bisschen konservativer, sage wirklich oder gehe von meiner persönlichen Herangehensweise davon aus, erst wenn wir wieder hier runterrutschen, dann wird die Abwärtsseite interessant. Entsprechend genauso wieder wie vergangene Handelswoche in Richtung 1,1430, in Richtung 1,13, also dieser vorherigen Tiefs. Das ist dann denkbar, aber dafür müssen wir dann erstmal hier reingehen. Somit sind wir auch in diesem Bereich mehr oder weniger eben auf Hold. Wir schauen uns die ganze Sache an. Wenn hier Dampf aufkommt auf der Abwärtsseite, bin ich vielleicht auch schon mal gewillt, kurz vorher bei Bewegungen nach unten hier mal so einen Break von 1,1530, so einen Ausbruch nach unten zu antizipieren. Das wäre auch noch denkbar, aber schlussendlich haben wir hier zwei Bereiche, wo ich vorsichtiger bin und dann oben beziehungsweise unten Bereiche, wo es gegebenenfalls etwas mehr zu Action kommt. Ob das in der kommenden Handelswoche schon so sein wird, werden wir sehen. Versuche meinerseits werden bestimmt hier in Richtung beider, also entweder nach oben oder nach unten eben, ja, durchaus realistisch passieren. Schauen wir uns Gold an. Gold ist nach wie vor eben eigentlich relativ schwach. Wir hatten letzte Woche oder vorletzte Woche im Prinzip, nee, vorletzte Woche, genau, diese Reise nach unten hier auf einmal, Mitte der Woche in den Bereich 11,60, also wie so ein kleiner Sell-off. Aber ich habe mir das größere Bild hier jetzt auch nochmal angeschaut im Gold, weil natürlich auch hier die Frage immer kam. Ich persönlich habe es in den letzten Wochen weniger gehandelt, in der vergangenen Handelswoche gar nicht. Schlussendlich sind wir ja hier nach wie vor, ich zeichne es mal kurz ein, wir sind schon nach wie vor immer noch abwärts tendierend. Wir hatten hier dann eben grundsätzlich die Abwärtsseite immer schön sauber ausgebaut. Wir sind an alte Tiefs herangelaufen, haben schlussendlich dann immer wieder neue Tiefs ausgebaut und hatten jetzt am Ende hier so ein bisschen, so wie so ein Sell-off. Sell-off bedeutet, dass es dann teilweise am Ende einer vielleicht Abwärtsbewegung nochmal etwas schneller geht und das Zurückschnallen entsprechend ging jetzt auch etwas zügig. Aber was jetzt hier wichtig ist, wir sind schlussendlich nur in den Bereich dieses Breakouts, hier im Bereich 12.05, in diesem Breakout-Bereich zurückgelaufen. Wer sich daran erinnert, dieser Bereich 12.05 war hier schon, ich glaube über zwei oder drei Trading-Woche-Analysen immer schon ein wichtiger Bereich, weil wir hatten hier vorher zwei Schiebezonen, die sich oberhalb dieses Bereiches zeigten. Das war dann eben der Bereich oberhalb von 12.16 und dann war es der Bereich hier eben bis hinab in den Bereich 12.05 und von dort aus setzte er dann diese Abwärtsbewegung, diese erneute Abwärtsbewegung ein, worüber wir auch immer gesprochen hatten. Mein Gedanke war ja jetzt, dass der Markt eben unterhalb von 11.94 hier beziehungsweise auch noch unterhalb von 11.81 eben durchaus Potenzial hat, die Abwärtsseite hier entsprechend wieder aufzunehmen. Auch das hat jetzt erstmal grundsätzlich nicht so funktioniert. Also der eine oder andere, der hier die Abwärtsseite mal versucht hat, hat entweder einen Break-Even-Trade oder eben leichte Minus-Trades hinnehmen müssen. Aber wir sind jetzt nach wie vor, und somit hier auch nochmal das Einzeichnen des übergeordneten Bildes, wir sind meiner Meinung nach nach wie vor in einer Abwärtsbewegung drin. Was jetzt bedeutet, wir hätten jetzt natürlich hier erstmal noch leichtes Potenzial, nochmal nach oben, Moment, das machen wir nochmal mit Pfeilen. Wir hätten jetzt natürlich hier erstmal nochmal ein leichtes Potenzial nach oben in diesem Bereich. Ja, da sind wir noch nicht hundertprozentig dran gewesen. Aber alles, was jetzt da drunter ist, wäre von meiner Seite weiterhin interessant für Abwärtsbewegung. Zum einen, wenn wir nochmal ein Stück weit hochlaufen in den 12.05er Bereich, dann hier entsprechend nach unten in die nächsten Unterstützungsniveaus, gegebenenfalls sogar mit Dampf. Auch wenn wir jetzt gleich etwas Schwäche sehen, wäre eben der Gedanke hier entsprechend nach Short-Setups zu suchen, definitiv vertretbar. Sollte man jedoch hier ein negatives Feedback bekommen, sollte das alles wie in der vergangenen Handelswoche nicht so funktionieren, dann eben Handelsaktivitäten zurückfahren, Positionsgröße gegebenenfalls zurückfahren und hier eben das Risiko somit reduzieren, wenn das hier eben nicht so funktioniert, wie man sich das jetzt hier grundsätzlich vorstellt. Sollte es weiter nach oben gehen, sollten wir schlussendlich den 94er Bereich hier halten können, schlussendlich wieder über 12.05 gehen, dann sind die nächsten Widerstandsbereiche durchaus realistisch angreifbar, 12.16 und dann geht es hinauf in den Bereich in etwa 12.30, knapp da drunter. Das ist dann hier so diese obere Grenze dieser vorherigen Schiebezone. Das sind eben zwei Widerstandsbereiche, die durchaus realistisch erreichbar sind und wenn wir uns hier die vergangenen Handelswochen oder die vergangene Handelswoche anschauen, dann ist natürlich eine Fortsetzung hier auch denkbar. Somit sind wir aktuell halt an einem richtungsentscheidenden Bereich dran, der für die Handelswoche wirklich wichtig sein sollte. Unter 12.05 werde ich persönlich hier auch mal nach dem einen oder anderen Short Setup suchen. Alles was da drüber ist, vorsichtig auf der Long Seite und wenn das auf beiden Seiten, weder die Abwärtsseite noch die Aufwärtsseite, so wirklich funktioniert, wir somit ein negatives Feedback bekommen, dann eben Handelsaktivitäten, Positionsgröße zurückfahren und schauen, ob sich dann vielleicht das Abwärtsbild in der kommenden Handelswoche etwas sauberer zeigt und wir entsprechend hier trendfolgend vielleicht dann wieder noch etwas besser handeln können. Das soll es von meiner Seite gewesen sein für hier die Trading-Wochen-Analyse. Ich hoffe, ihr konntet den ein oder anderen Gedanken nachvollziehen beziehungsweise für eure eigenen Analysen mitnehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall Good Trades und Mega Trading und wir hören uns dann entsprechend bei den täglichen Livestreams hier, Dax Long oder Short oder auch das Opening Bell oder in der kommenden Handelswoche auch das Devisenradar von meiner Seite. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao!